Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Battlefront 2. Und ja, ich würde sagen, let's go! Erstmal drei Lade. Digga, die Musik ist so laut. Erstmal drei Jahre Lade. Gar kein Bock. Erstmal drei Jahre Lade. Ich werde nochmal... Erstmal drei Jahre Lade. Erstmal drei Jahre Lade. Ich hoffe, ihr versteht nicht. An alle! Die Starkiller Basis wird angegriffen. Truppen des Widerstands brechen an der Wartungsbucht durch. Alle Truppen, alle! Die Starkiller Basis wird angegriffen. Angriff auf den Pfeil. Da ist das komplett, Leute. Möglicher Hinterhalt. Bleibt zusammen. Geht's. Der Verrat des Widerstands kennt keine Grenzen. Dafür bezahlt. Der Verrat des Widerstands kennt keine Grenzen. niemand aufhalten kann es gibt es ja es Zeigt diesen Vöbeln die Überlegenheit eurer Ausbildung. Wir haben die Sache bald im Griff. Geht diesen Vöbeln. Sie rücken ins Innere der Basis vor. Das ist ein Problem. Jetzt! Löscht sie endgültig aus! Alarm! Kämpfer des Widerstands in der Starkiller wartet! Der Angriff des Widerstands ist gescheitert! Aus gezeigteter Arbeit! Das ist wieder Video und ciao!